Hallo Menschen, heute kommt meine Rezension zu Pfaueninsel von Thomas Hetsche. Das lasse ich zusammen mit The Lines Between und Verstand. Und wir waren zunächst alle recht begeistert und schrieben in unserer WhatsApp-Gruppe das und das und das finden wir eigentlich ganz toll und das macht ja gut. Leider konnte sich diese Begeisterung aber nicht so ganz bis zum Ende halten, wenn ich auch immer noch der Meinung bin, dass es grundsätzlich schon ein gutes Buch ist. Für diejenigen, die es nicht wissen, wir befinden uns eben auf der Pfaueninsel, die in der Havel liegt und sag mal so plus minus im 19. Jahrhundert. Also wir erfahren zwar auch, wie vorher zum Beispiel Friedrich Wilhelm II. dort zum Beispiel mit seiner Mätresse so ein bisschen sein Vergnügen hatte und wie dann eben sein Sohn kommt und das Ganze stark umgestaltet. Also zuerst eher so landschaftsarchitektonisch, zum Beispiel mit Linné zusammen und dann wird dann eben diese Menagerie gebildet, also diese vielen exotischen Tiere, alle natürlich in Käfigen und im Kern folgen wir dann aber eigentlich Marie, eine Kleinwüchsige, die dort als sogenanntes Schlossfräulein mit ihrem Bruder einfach hingeschafft wird, also sie hatten natürlich überhaupt kein Mitsprachrecht, sie wurden einfach abgeholt und sie verbringt fast ihr komplettes Leben auf dieser Insel, kommt nie dort runter und wie sie sich eben entwickelt, ihre Probleme, also vor allem halt auch teilweise mit ihrem Aussehen, weil es da in ihrer Kindheit ein sehr prägendes Erlebnis gab und natürlich auch ihre Liebe wird dann in diesem Buch beschrieben. Im Hintergrund läuft dann eben so diese große Geschichte und die politischen Umbrüche der damaligen Zeit ab. Was ich sehr, sehr gut fand, war erst einmal die Sprache. Ich habe es schon in der WhatsApp-Profeu so formuliert, ich finde, es klingt gehoben, ohne abgehoben zu sein. Also er hat wirklich einen ganz, ganz souveränen Umgang mit Sprache, er kann das toll formulieren und es klingt tatsächlich einfach also etwas schöner als so die normale Unterhaltungsliteratur. Meine ich auch nicht böse oder so, sondern einfach wirklich als Lob an ihn, er macht es wirklich, wirklich gut. Was ich in manchen Büchern nicht mag, aber wie ihm auch sehr mochte, ist, dass wir einen sehr präsenten Erzähler haben, der auch kommentiert. Es geht zum Beispiel damit los, dass einmal die Königin, also es war ja wirklich eine Königin, auf dieser Insel ist und etwas sagt und dann fängt er so an. Eine Königin, was ist das? Eine Märchengestalt, denken wir. Und doch. Dieser hier pulste das Leben am Hals und flackerte über die Wangen, hier in der schwülen Enge der Bäume, eng um die junge Frau herumgelegt, wie jenes Wort sie zu bezeichnen. Spricht man es aus, ist es, als zerginge die Person in ihm ebenso wie ihre Gestalt in den dunklen Schatten dieses Heinz. Dabei sind wir es, die sie mit allen, was uns jenes Wort durch den Kopf jagt, anhauchen, während wir sie betrachten und das Wort dabei tonlos vor uns hinmurmeln. Eine Königin, eine Königin. Dann geht das noch eine ganze Weile so weiter. Blablabla. Alles ist Märchen oder nichts. Wenn wir heutigen auch noch nicht einmal zu sagen vermöchten, was denn ein Märchen, ernsthaft gesprochen, überhaupt sei. Alles ist Märchen oder nichts. Eine Königin, ein Schloss, eine Insel, ein Ball. Und noch ein Wort wird gleich nötig sein. Ebenso märchenhaft wie dieses, dabei aber abstoßend und ekelhaft und doch ebenso unumgänglich wie jenes für die junge Frau dort. Die Frage wird sein, wohin es uns führt. Und dieses Wort lautet Monster. Da könnt ihr euch vielleicht auch schon denken, in welche Richtung sich das Buch dann noch entwickelt. Was auch noch den Erzähler betrifft, ist, dass am Anfang eines Kapitels manchmal eher so allgemeine Überlegungen gebracht werden, die noch nichts direkt mit der Handlung zu tun haben und erst nachdem er so diese kleine Abschweifung uns gegeben hat, kommt er dann zu den eigentlichen Protagonisten zurück. Ich gebe euch mal ein Beispiel für das zweite Kapitel, das beginnt mit Wir sagen, die Zeit vergeht. Dabei sind wir es, die verschwinden. Und wie? Ist vielleicht nur so etwas wie eine Temperatur der Dinge, eine Färbung, die alles durchdringt, ein Schleier, der alles bedeckt, alles, von dem man sagt, dass es einmal war. Und in Wirklichkeit ist alles noch da, und auch wir sind alle noch da, nur nicht im Jetzt, sondern zugedeckt von ihr, der Zeit, im Setzkasten der Ewigkeit. Denn zwar stirbt alles, doch es bleibt etwas dort, wo etwas war. Zunächst sind es die Orte, die länger bleiben als wir. Was tut die Zeit mit ihnen? Also die Formulierung gefiel mir sehr gut, auch wie er diese Insel beschreibt. Es ist halt so eine Mischung aus einerseits etwas wirklich märschemhaften, fast schon paradiesischem, also es ist bestimmt eine ganz, ganz tolle Gegend, aber andererseits wirkt es halt auch so ein bisschen wie ein goldener Käfig, zumindest für Marie. Sie kommt nicht raus. Es ist prinzipiell ein Gefängnis für sie, genauso wie für diese Tiere, und sie erkennt es durchaus auch. Es gibt später mal einen Moment, da führt sie eben andere Leute in ihrer Funktion als Schlossvorlein über diese Insel, und dann sagt sie, Davon ausgehend gibt er auch die Veränderungen auf der Insel sehr, sehr gut wieder. Also es bleibt nicht dabei, es kommt erst sehr, sehr viel Neues, und dann merkt man auch, wie das allmählich verfällt. Und es ist außerdem ein Buch, was mich mal wieder zum Googlen und Weigedenken anregte, und das mag ich immer. Also ich habe mich viel damit beschäftigt, was in der Zeit so los war. Das hatten wir zwar teilweise in der Schule, aber nicht so speziell für diesen Ort, und es gefiel mir sehr gut. Was ich zunächst mochte, und auch grundsätzlich im Literatur mag, ist, wenn tatsächliche Personen mit den Fiktiven interagieren, und halt in unsere Geschichte mit eingebaut werden. Dann allerdings hat mich das auch mal eine Weile genervt, weil es mir so vorkam, dass eben in jedem Kapitel wieder, also eine real existierende Person mit reinkam, mal über die Insel geht, irgendetwas über Marie denkt, oder etwas zu ihr sagt, und dann haut sie wieder ab. Und im nächsten Kapitel passiert genau das Gleiche mit einer anderen Fiktor. Sie kommt, sie läuft über die Insel und haut wieder ab. Und im nächsten Kapitel ist es wieder das Gleiche. Bis mir mal aufgefallen ist, dass es für Marie vermutlich wirklich so ist. Sie kommt ja nie raus. Sie hat auch keine wirkliche Aufgabe. Zumindest meistens hat sie den ganzen Tag lang nichts zu tun. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ihr ganzes Leben halt wirklich so eine Aneinanderreihung von Treffen oder halt Persönlichkeiten ist. So ist halt ihr Leben aufgebaut. Und insofern war das natürlich literarisch doch wieder ganz gut gelöst, dass wir das halt genauso haben. Also sie wacht immer mal so ein bisschen auf, wenn halt jemand auf die Insel kommt. Und zwischendrin lebt sie halt da einfach so vor sich hin. Und ja, wie gesagt, gefiel mir erst, dann hat es mich genervt. Und dann habe ich eigentlich erkannt, dass es ziemlich gut gelöst war. Marie selbst bleibt bis zu einem gewissen Grad immer recht kindlich und auch passiv. Was irgendwie auch im Kontrast zu ihrer recht stark ausgeprägten Sexualität steht. Also die schlafen schon rechtzeitig alle miteinander. Und es gab auch seltsame Sexszenen. Also nicht nur mit Marie, sondern so Sachen, wo ich mir dachte, hui, also wo ich mir nicht so ganz sicher war, was das jetzt zur Geschichte beitrug, haben wir auch mal kurz besprochen. Also ist jetzt aber kein so großer Punkt. Was mir dagegen wirklich nicht so gefiel, ist, dass ihr Bruder Christian recht blass bleibt. Er ist halt sehr anders als Marie und kommt dann manchmal so als Gegensatz zu ihr in die Geschichte zurück. Und er macht dann später auch eine sehr große, wichtige Sache in diesem Buch, die schon auch zu ihm passt. Aber dadurch, dass er vorher halt einfach nicht so ganz plastisch wurde, wirkte das trotzdem auch so ein bisschen hineingerufen. Also ich hätte gern mehr über ihn erfahren. Ich fand ihn von beiden vielleicht sogar den interessanteren. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Aber ja, ich hätte gern noch ein bisschen mehr außer Marie gehabt, vor allem halt Christian. Für mich waren dann vor allem die letzten 50 Seiten auch noch etwas zu viel nochmal dieses Zurückerinnern und nochmal diese Feststellung, ja, die Zeit vergeht und das halt alles ein bisschen den Bach hinuntergeht und so viel Resignation. Also das hat man einfach die Zeiten vorher auch schon, die Seiten vorher und jetzt kam das nochmal und nochmal. Und für mich so meanderte das am Ende so ein bisschen aus. Also da denkt sie halt nochmal drüber nach, wie ihr Leben war, wo sie das vorher schon mal gemacht hat. Und dann, das will ich euch nicht verraten, weil das wäre eine große Spoiler-Sache, aber es taucht jemand auf. Und wenn es wirklich derjenige ist, so wie das dann vielleicht dort drin stand, fände ich das ganz, ganz furchtbar. Ich hoffe, dass es einfach nicht so war. Ich rede mir ein, dass Marie sich das einredet. Also ich kann es jetzt nicht anders formulieren. Also, aber das gefiel mir überhaupt nicht, wie das dann nochmal, was da dann nochmal aufkam. Aber ja, es gab ein paar andere Aspekte, die ganz interessant waren. Zum Beispiel kommt ein Peter Schlemiel vor, der, ja, ich weiß nicht, ob er den kennt, aber zunächst scheint er so eine ganz normale Person zu sein, aber dann kommt noch so Verschiedenes raus. Das hat er, finde ich, ganz, ganz toll gelöst. Und im Großen und Ganzen würde ich sowieso sagen, es ist ein gutes Buch. Vor allem sprachlich sehr, sehr souverän. Wirklich tolle Formulierungen. Aber es hat mich vielleicht noch nicht hundertprozentig überzeugt. Und ich kann irgendwie auch verstehen, also es war ja für den Deutschen Buchpreis nominiert, warum es den jetzt nicht gewonnen hat, weil es irgendwie auch nicht so das Besondere jetzt ist. Also es ist halt ein historischer Roman, schöne Formulierungen, aber, ja, hat mich jetzt noch nicht unglaublich beeindruckt oder dergleichen. Ich würde aber trotzdem sagen, für diejenigen, für die die Prämisse irgendwie interessant klang oder die gerne historische Romane in der Zeit lesen, absolut empfehlenswert. Er schreibt sehr schön. Aber es ist jetzt vielleicht auch nicht so das Buch, was irgendwie jemanden, der keine historischen Romane liest, von diesem Genre überzeugen wird. Was aber sehr angenehm ist, ist halt, dass zum Beispiel auch nicht so diese Kitsch-Historien-Schiene fällt, meiner Meinung nach. Also natürlich haben sie auch schöne Kleider an und dergleichen, aber wir folgen halt jetzt auch nicht unbedingt dem Hof, obwohl sie natürlich eine gewisse Stellung hat, aber halt auch eher so eine, die von anderen belächelt wird wahrscheinlich. Es waren schon interessante Konstellationen, aber noch nicht mein Lieblingsbuch des Jahres. Falls ihr mir noch etwas dazu sagen habt, ich weiß ja, mit meinen zwei Mitlesern habe ich mich schon ausgetauscht, dann lasst mir das bitte in den Kommentaren da. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.